So, weiter geht's. Wir müssen... Weiß ich gar nicht mehr, was wir müssen. Aber wir hatten es schon irgendwie geschafft. Was? Was lag hier? Puls und Lein dingstens. Ja, wir werden da natürlich wieder ganz voll. Naja, ich könnte ja am Forstgang... Kontaktbeam, Level 30, die kann ich alle nicht wegwerfen. Sind alle wichtig. Ey, ich werfe mal ein... Oder was heißt wegwerfen? Kann sie auch benutzen, bringt zwar nichts, aber... So. Ach, scheiße, wo müssen wir jetzt noch mal hin? Da wird 3, da wird 2, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, 3. Hab, ich schiebe mir viel. Bukum ausredigt. So wie ihr unten am Player sehen könnt, hat die Typ jetzt, was sehr gut ist, eingefügt und zwar, dass man die P-Zahlen wählen kann, 1080p, 27p, 400p, weiß nicht was, alles. Äh, das finde ich sehr praktisch, denn so kann man sich das Video einstellen, so wie es für die eigene Internetverbindung am besten ist. Und, äh, ja. Finde ich also nicht schlecht. Ja, okay, das scheint schon mal richtig gewesen zu sein. Hab irgendwie das Gefühl, dass wir... bald auf einen Endgegner treffen werden. Na, das sieht ja... ganz toll aus hier. Ich glaube, ich nehme lieber den... Wo ist er? Meine Lieblingswaffe. Da ist er. Da ist er. Denn der Ripper, äh, ja. Hat sich sehr gut gemacht gegen diese komischen... Ja, Dinger mit Arm. Ja, äh, wie kann man nicht was aber schreiben? Wie heißen die eigentlich? Haben die eigentlich einen Namen? Okay. Ist hier schon jemand, was passiert? Du musst auf dem Schiff entfernen, um den ADS-Kanon zu erreichen. Das Problem ist, wir werden immer noch bombardiert von Asteroiden. Schau auf den Kopf, oder du bekommst die Pfeile. Oh nö, ich weiß, was jetzt kommt. Also ich hab, ich hab's... Ich denke, ich weiß, was jetzt kommt. Deswegen liegt hier auch Sauerstoff. Und zu scheiße. Warum eventuell doch Sauerstoff? Ich glaube schon. Weißt du was? Wir haben so viel Kohle. Scheiß auf dieses Ding. Ich möchte jetzt Sauerstoff haben. Und jetzt bereue ich, bereue ich ein bisschen, dass ich, äh... das letzten Zweck geschmissen habe. Naja, was soll's? Mal gucken. Guck mal was überleben. Warning. Zero Gravity. Ja, super. Oh, ich hasse, äh, Bereiche mit schwere Losigkeit. Äh... Ach du Scheiße. Äh... Okay. Was zur Hölle? Okay. Das war unerwartet. Zweiter Versuch. Ich glaub, ich muss... Ich kann man... Kann man nicht irgendwo Schutz suchen? Hier zum Beispiel... Ah, hier ist zum... Guck mal, wie ihr sicher sind. Bäm, 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 junge. Wow! So, und jetzt rennt. Denk ich mal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt weitergehen will. Scheiß auf. Oh, da kommt wieder so eine Welle. Oh, scheiße, ich hab voll Angst hier. Oh. Ja. 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 Okay. Okay. Okay, ist gut. Ja. Danke. Ja. War's das? Ach, zu Scheiße. Oh, da kommt schon... Nein, da kommt schon die nächste Welle. Unser Sauerstoff ist knapp. Achtung, jetzt glaub ich hier besser stehen. Noch zu Scheiße. Bäm, 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 junge. Okay, weiter geht's. Bis zu den... Da hinten kommen wir noch. Vielleicht benutze ich mal den Sauerstoff. Damit das hier nicht gleich... So. Oh, oh. Schnell. Vielleicht brauchen wir gar keinen Sauerstoff benutzen. Das sieht doch gut aus. Rennen wir's als Zeug an Isaac, dann brauchst du nicht Sauerstoff verschwenden. Los, 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 los. Oh, oh. Astroiden. Mach bloß die Scheiß viel zu. Setz dich rein. Wuhu. Yeah. Yeah. Ach, zu Scheiße. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh Gott. Ich sehe ja schon, das werden wir nicht schaffen. Hat das unendlich Schuss? Ich hoffe. Ach so Scheiße, wir müssen... Oh Mann. Sowas mag ich nicht. Sowas mag ich ganz und gar nicht. Wow. Großer Wurm. Mal gucken, wie lange wir das machen müssen. Na. Wirst du wohl? So. Oh. Na, bis jetzt klappt's doch noch. Ich wette, da kommen gleich so 10 Millionen von den Dingern. Oh. Ich glaub, da hat uns der Erste getroffen. Oh, ja. Oh, ja. Wuhu. Die Balle alle weg. So, ich... Ich halte es einfach gedrückt. Das soll wohl passen. Da, die Balle alle weg. Das schönste der Welt. Meteoriten wegschießen. Macht Spaß. Nee. Nee, irgendwie ist mir das ein bisschen unangenehm. Ich werde gleich kommen, so viele, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Ja, ein bisschen länger kann ich auch noch. Oh, jetzt wird es aber jeder soll mal ein bisschen kritisch. Okay, das war schmerzhaft. Na? Hast du bald? Ach ja, oh, was ist das für die Riesending? Hoffentlich kommt er nicht noch größere. Shit. Jawohl. Macht er das selber, geil. Und nö, jetzt muss ich wieder durch die Assyrien-Kacke, oder? Obwohl, nee, Quatsch. Jetzt müsste ja normalerweise alles abgewehrt werden. Was ist hier denn? Jübi, semi-dingstens. Das ist bestimmt mehr wert als Gold. Deswegen... So wie ist das jetzt? Sauerstoff jetzt mal wieder nach, ne? So, ich hoffe mal, dass da jetzt gleich nicht schon wieder Asteroiden-Dingstens kommt, aber ich schätze schon. Und einfach mal drauf los auf, genau wie vorhin. Oh, nö, ne, Monster. Keine Meteoriten-Monster. Aber wisst ihr was? Schau auf euch. Ich glaube, einfach mal weg. Ich habe da heilig. Oh, okay, ich glaube, es kommt auch noch Meteoriten. Oder? Oder nicht? Ich laufe einfach mal. Auf gutem Risiko. Ja, scheint nichts zu passieren, ne? Na, es ging doch. Ich habe es mir jetzt schwerer vorgestellt, mit den Asteroiden abschießen. Aber, ja. Ich spiele ja auch nur auf leicht. So, Monster verfolgen mich? Nö. Was ist hier denn? Achso, klar. Das habe ich vorhin weggeschmissen. Ich glaube, ich kann einen Punkt machen, um ihn zu destroyen. Head to the medical. Das muss alles, was du brauchst. Na, was schon mal. Isaac, get the medical and me together. Whatever comes up. I'm heading to the hypoponics. If I can slow down, that might keep us breathing long after fighting. Na, klasse. Ja, ich glaube, während des gesamten Spiels bekommen wir irgendwelche Aufgaben, um irgendwas wieder in Ordnung zu bringen. Aber, naja. Das ist unser Job. So müssen wir jetzt... Was ist hier eigentlich? Ich habe, glaube ich, vorhin noch gar nicht geguckt. Ne, Storys, wo mich so stupft am Vorbeigerant. Blöperblades. Haben wir genug von. Scheiße, auf Plasma Energy. Was ist hier sonst noch? Ein Spind. Ah, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges übersehen. Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht.